Herzlich Willkommen zurück! Warum nennt man diesen Ort Drachenholm? Wonach suchen wir auf dieser Insel? Wir müssen die Quelle der Aegis finden und sie zerstören, damit Nafalara und die Drachengarde sich uns anschließen können. Ohne sie werden wir Calgrontit niemals aufhalten. In Ordnung, lasst uns die Aegis finden und zerstören. Alles, was ich über Calgrontit erfahren habe, stammt aus ein paar wenigen undurchsichtigen Verweisen in den Mythen der Kajid. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir nicht etwas finden, was wir unserem Wissen hinzufügen können, während wir nach einem Weg suchen, um die Aegis aufzulösen. Warum nennt ihr es eine Aegis? Eine Aegis ist ein Verteidigungszauber. Die Magie aus der Drachenholm umgebenden Matrix mag mir unbekannt sein, doch sie erinnert mich an Zauber, wie ich selbst schon gewirkt habe. Ich gehe davon aus, dass die Äonensteine als Schlüsselkomponente des Prozesses wirken, was auch immer dieser sein mag. Kann Calgrontit wirklich zum Gott werden? Diese Annahme war nur eine fundierte Vermutung, aber ja. Ich glaube, dass Calgrontit durch die Kanalisierung von Jodes Kern über diesen seltsamen Äonenstein ein noch nie dagewesenes Maß an Macht erreichen könnte. Würde das einer Verwandlung zum Gott entsprechen? Wer vermag das schon zu beurteilen? Joach, dann. Und Basti. Dann kommt mal mit. Ich muss das hier mal ein bisschen größer stellen. Ich bin hier direkt falsch in der Suche. Moment, darum. Das gefällt mir auch nicht. So, Moment. Hier geht's weiter. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ich mag die großen Kajid nicht. Also, ich mag sie schon so optisch, aber ich kämpfe halt nicht gerne dagegen. Chemiker des neuen Mondes. Das nenne ich mal richtig gute Titel. So, Moment. Bloß keinen Fehler machen. Nicht nur mal in einer Sackgasse landen hier. Ich finde diese Ausrufe immer so cool. Heitan. Ich glaube, da kommt jetzt noch was. Wieso kann ich nicht blocken? Hallo. Darf ich mit dir sprechen, ohne dass jetzt was kommt? Ich hoffe mal. Ganz offenkundig kajidischen Ursprungs alt. Vielleicht sogar so uralt wie diese Ruinen. Nein, natürlich nicht. Hau ab. Mut bringt den Sieg. Ja, dann wett mal mutig hier. Ganz offenkundig kajidischen Ursprungs alt. Vielleicht sogar so uralt wie diese Ruinen. Womöglich noch älter. Ich glaube, dies stellt eine der verbotenen Legenden dar. Warum sollte eine Legende verboten sein? Ich kann mir allerlei Gründe denken, warum eine Kultur einen Mythos oder eine Legende verbieten sollte. Doch meist geht es dabei um Themen, die zu störend oder zu gefährlich sind, um offen angesprochen zu werden. Diese besondere Geschichte hier dreht sich um den Aufstieg eines neuen Mondes. Der Aufstieg eines neuen Mondes ist gefährlich? In der Tat. Alles, was eine Veränderung der herrschenden Zustände bedeutet, ist für jene gefährlich, die das Sagen haben. Seht ihr die Zahl der Monde? Die Kajid kennen eine Vielzahl von Monden, aber sie bilden nur selten andere als Yone und Yoda ab. Der dritte Mond ist größer als die beiden. Was habt ihr sonst noch gesehen? Die Figuren unten. Sie stehen wohl für die Kultisten des neuen Mondes. Und seht ihr, wie der Äonenstein eine Energie verströmt, die den dritten Mond aufsteigen lässt? Ja, ich bin mir sicher. Dies zeigt die Legende des dunklen Äons. Das dunkle Äon? Ich bin im Zuge meiner Nachforschungen auf einen weiteren geheimen Mondsänger-Mythos gestoßen. Er sagt die Ankunft eines mächtigen neuen Mondes voraus. Dort wird er das dunkle Äon genannt. Ich glaube, Carl Gontith möchte, dass diese uralte Vorhersage tatsächlich eintritt. Nun lasst uns die Ägis finden. Tan, erzählt mir mehr über das dunkle Äon. Laut der Legende geht der neue Mond einer Zeit der Finsternis und der Geburt eines Wesens voran, das allen anderen überlegen ist. Carl Gontith will diese Prophezeiung wahr werden lassen. Verdammt! Ich lasse doch nicht mein Vermächtnis von einem verrückten Drachen beschmutzen, den ich aus Versehen freigelassen habe. Wir haben Mulamnia aufgehalten. Wir werden auch Carl Gontith aufhalten. Ah, die Selbstsicherheit der Jugend. Nun gut, gehen wir weiter. Wir müssen immer noch die Quelle der Magie finden, die diese Insel schützt. So jung bin ich jetzt auch nicht mehr Tan, aber danke. Ähm, das nehmen wir noch eben schnell mit hier. Dafür überspringen wir ja die Gegner. Ähm, da kann ich doch nicht dran vorbeilaufen. Und direkt wieder... Oh, agonische Plane, sehr schön. Ich glaube, hier habe ich mit dem Charakter noch nicht. Mh, wir müssen erst mal hier oben hin. Mal schauen. Audienzkammer. Oha. Okay. Okay. Stört die Ritualstätten. Äh, wo sind die und wie komme ich da hin? Ich meine, die laufen da hinten hin. Ich muss da hin. Tan, du sagst wieder nichts. Normalerweise sagst du immer was von wegen... Das hatte ich befürchtet. Bla, bla, bla. Lass uns die Ritualstätten stören oder sowas. Heute hat er keine Lust. Na gut, der alte Mann ist auch schon so ein bisschen ausgelaugt heute. Kann ich verstehen. Ich bin auch ein bisschen ausgelaugt. Ich habe schon am dritten Tag am Stück Migräne. Ach, das war das. Ach, schön. Alles gut, Leute. Alles gut. Wo musst du denn jetzt her? Wo sollt ihr denn jetzt her? Mit ihm hat ich noch gerechnet. Wollen die beiden auch noch? Ich bin mir nicht sicher. Nee, anscheinend nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück, ne? Nee, wir müssen... Hier rum. Guten Tag. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. Ich bin auch nur halb so klein wie ihr. Die sind ja riesig, ne? Ich meine, ich finde die schon ganz cool irgendwo. Ich kämpfe halt nur nicht gerne gegen die. Also nicht, weil sie zu stark sind, sondern weil ich es einfach nicht mag. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ja, komm. Dann biete mir deine Macht doch auch mal an. Du bist Tink. Ich meine, das wäre jetzt deine Macht, ne? Dass du tanken würdest. Aber das machst du jetzt nicht immer so. Ich meine, der ist schon ganz gut. Der hält auch viel aus. Das muss man ihm ja lassen. Er tankt halt nur nicht immer so, wenn ich durchlaufe. Aber ich glaube, dafür ist das Spiel auch einfach nicht ausgelegt. Heilstab würde mir jetzt auch nicht wirklich was bringen. Deswegen, also ich warte nur darauf, dass wir nach Hochinsel kommen, damit ich dann Funke holen kann. Kann ich? Oh, nee, das ist... Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hier rein? Nein! Du hast mich nicht gesehen. Du wirst es niemals herausfinden. Tan, komm mal ein Stückchen hier rum. Oh, ist das blöd. Der steht sofort. Ah, so geht's auch. So viel dazu. Mich wieder ganz wie mein altes Ich zu fühlen. Ich musste jedes Quäntchen Energie einsetzen, das ich aus dem Eonenstein in mich aufgesogen hatte. Und alles, was ich damit geschafft habe, ist, den Drachen zu verwunden und zu vertreiben. Und jetzt bin ich so schlaff und nutzlos wie ein leerer Wasserschlauch. Wir müssen die Quelle jener Eges finden, die die Insel schützt. Ein verletzter Drache? Es gibt nichts Gefährlicheres, was gleichzeitig auch so vollkommen berechenbar wäre. Er wird sich zu einem sicheren Ort aufmachen, um seine Wunden zu lecken. Welcher Ort könnte sicherer sein, als der Ursprung der magischen Verteidigung von Drachen? Der Einsatz dieser Energie scheint euch geschwächt zu haben. Eure Beobachtungsgabe versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Diese Energie gab mir Kraft, doch sie stiftete auch Chaos in meinem Körper. Ein sterbliches Gefäß war nie dazu gedacht, eine solche Macht in sich zu bergen. Da sie nun wieder fort ist, bin ich nahezu völlig ausgelaugt. Folgen wir dem Drachen und finden wir die Eges. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Ritual rechtzeitig aufgehalten haben. Da liegt eine Erschütterung in der Luft. Etwas wird bald geschehen. Nun kommt, finden wir die Quelle für die Verteidigungsmagie der Insel, solange wir noch können. Könnte die Drachengarde nicht dasselbe Portal benutzen, das wir verwendet haben, um Drachenholm zu erreichen? Die Menschen und die Khajid könnten das schon, aber Nafala nicht. Wir brauchen diesen Drachen und das Band, das ihr miteinander teilt, um Kaagron-Tit zu besiegen. Solange es die Eges gibt, kann Nafala Drachenholm nicht erreichen. Wir müssen sie beseitigen. Schon krass, irgendwie darüber nachzudenken, dass ein Drache einen anderen Drachen nicht erreichen kann, weil der einen Schutz um sich rummacht. Wieso müssen wir jetzt wieder raus? Ich denke, wir müssen hier rein. Ähm, darum. Das nehmen wir auch nochmal eben mit hier. Da ist nichts drin. So. Ähm... Ich bin mir übrigens nicht sicher, was noch kommen wird. Deswegen werde ich mal vorsorgehalber... Da. Vorsorgehalber nochmal ein bisschen Buffhut nehmen, weil, ne, Endkampf mit dem Drachen, das könnte unter Umständen ein bisschen schwieriger sein. Ich hab's jetzt nicht mehr so im Kopf. Hallöchen, guten Tag. Netz, sie alle wiederzusehen. Ich muss dann jetzt wieder gehen. So, bevor ich jetzt hier wieder falsch rumlaufe. Da hinten müssen wir durch. Ja. Nett, dass ihr mir ein bisschen einheizen wolltet. Hier ist es auch ein bisschen kühl in diesen ganzen Gemäuern. Da habt ihr schon recht. Oh, komm. Ja, genau. Och, ich hasse diese Betäubungssachen. Ehrlich. Die ganze Zeit kommt man da normal durch. Lauf bloß keinen Millimeter weiter. Ich glaub zwar nicht, dass ich mit Springen da rauskomme, aber... Irgendwie scheint irgendwas funktioniert zu haben. Äh, aber irgendwas müssen wir hier... Nerv mich jetzt mal nicht, Junge. Irgendwas ist hier. Tan? Hallo, Tan? Tan? Tan ist verbuggt. Ja, schön. Ich liebe solche Situationen. Tan, es wäre gut, wenn ihr jetzt aus dem Nichts einfach auftauchen würdet, damit wir weitermachen könnten. Boah, ich muss mich jetzt nicht wieder ausloggen und einloggen, oder? Das sieht aber so aus. Also, Tan steht unsichtbar ungefähr hier. Da. Möchte aber nicht mit uns sprechen oder hat seine komplette Kraft verloren. Ich werde mich mal kurz ausloggen und wieder einloggen. Wahrscheinlich muss ich dann auch wieder den kompletten Teil dahin laufen. Bei meinem Glück. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir wieder und Tan ist wie von Geisterhand wieder aufgetaucht. Dieser Wandteppich erzählt die Geschichte des dunklen Äons weiter. Ich nehme an, es wäre zutreffender, wenn man das Ganze eine Prophezeiung nennen würde. Warum wäre Prophezeiung der passendere Begriff? Weil die Kultisten nicht glauben, dass das, was wir hier sehen, in der Vergangenheit liegt. Sie glauben, dass das dunkle Äon sich in der Zukunft erheben wird. In sehr nahe Zukunft, wenn Karl Gruntit seinen Willen bekommt. Ich will jetzt nicht aus der Story raus, aber diesen Stab, falls irgendjemand weiß, wie dieser Stab hier heißt, also die Montur davon, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich finde den irgendwie unheimlich cool und der würde super zu einem Schaf von mir passen. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr da genaueres so wisst. Äh, was seht ihr im Wandteppich? Ich glaube, das Land unten stellt diese Insel dar. Drachenholm. Seht ihr die gewaltigen Mengen an Äonensteinen? Einschließlich dieses schmalen Turms in der Mitte? Seine Energie wird zum neuen Mond weitergeleitet, während er sich in den Nachthimmel erhebt. Und dieser Umriss, ist das Karl Gruntit? Das ist das dunkle Äon, der neue Mond, der neue Gott, zu dem Karl Gruntit aufsteigen will. Doch all diese Energie, sie muss auch die Quelle des Schutzes für Drachenholm sein. Wir müssen diesen Ort finden. Dann sollten wir ihn finden und zerstören. Wir müssen uns beeilen und den verwundeten Drachen finden. Die Beben werden mit jedem Augenblick heftiger und ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. Was geschieht, wenn wir den verwundeten Drachen finden? Wir töten ihn, auch wenn ich kaum in der Lage bin, eine weitere Schlacht durchzustehen. Selbst so bezweifle ich, dass wir uns um die Aegis kümmern können, solange der Drache noch am Leben ist. Kein Problem, Tarn. Ich bin auch noch da. Ich werde die ganze Arbeit wieder machen und du... Wir werden sehen, was du gleich machst. Da oben! Das ist Karl Gruntit! Dieser üble Geruch. Ich kenne diese Würmer. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Diese Insel wird aufsteigen und ich das dunkle Äon werden. Was soll ich noch alles machen hier? Gesundheit! Lass die passen auf dich auf! Oh, sehr schön. Ich kann es nochmal machen. Wieso kann ich das nochmal machen? Schnell aufgelandet. Nein! Warum jetzt? Nein, tust du nicht! Die werden es auch nicht tun. Hallo? Komm runter! Du feiger Hund, du! Uhu! Ich hätte ihn luten können. Ja, kein Thematon. Ich lenke ihn noch ein bisschen ab. Jetzt hau doch nicht immer ab. Ich hasse diese Phase. Oh Gott, eigentlich sollte jetzt hier noch was kommen. Es ist auch da. Hallo? Was macht mich hier gerade so? Was, die stelle ich in den Kreis? Ich weiß nicht, ob du drinstehst. Er steht natürlich nicht drin. Na ja, klar. Es war so klar. Komm schon! Ich muss dich umbringen. Komm runter! Los! Bei Fuß! Hallo? Drache? Hallo? War ich zu schnell? Oh, bei mir ist ja alles... Ich hätte mich vorher mal reparieren sollen. Das habe ich letztes Mal schon gesehen und ich habe nicht dran gedacht. Hallo, Drache! Es wäre schön, wenn ich dich mal umbringen könnte. Könntest du mal runterkommen, bitte? Dankeschön! Mein Gott! Jetzt gehe ich wieder nach oben, wenn das klappt. Ich habe die Ege zerstört, aber jetzt müssen wir hier raus. Ich folge dir mal, Tarn! Alter, was macht der da? Ich habe mich um die Verteidigung der Insel gekümmert, aber was Carl Gronthit auch tut, es wird stärker. Da müssen wir ihn aufhalten, Tarn. Bei den Knochen des Drachen! Wir schweben! Was? Diese Ruinen halten das nicht mehr lange aus. Wir müssen hier raus. Das ist jetzt eine Schwebeinsel, okay. Dann... Darf ich hier durch? Eine Sackrasse. Es bleibt keine Wahl. Ich öffne ein Portal zum Festland. Schnell! Es wird mit den letzten Restkraftrauben, es offen zu halten. Findet Kamira und sei sie an. Wappnet die Drachengarde für einen Angriff. Ich bin bereit, wenn ihr zurück seid. Tarn! Uns bleibt keine Zeit. Benutzt das Portal. Findet Kamira und sei. Ich halte mich bedeckt, bis ihr die Drachengarde zurück auf die Insel bringt. Habe ich denn sei gesagt? Ich meinte, Tarn. Hallo? Da war ich auch gerade noch. Kann ich auch mit Seil reden? Eine Insel? Am Himmel? Mir fehlen die Worte, um mir darauf einen Reim zu machen. Wie ist die Insel des Drachen an den Himmel gekommen? Und wo ist Tarn? Fünf Kralle, sagt mir, was hier vor sich geht. Karl Grundit versucht, ein Gott zu werden. Die schwebende Insel ist Teil seines Plans. Die Prophezeiung vom dunklen Äon und dem neuen Mond. Ich hätte es früher erkennen sollen. Doch was ist mit Tarn? Wo ist er? Er ist noch auf der Insel. Er nutzt den letzten Rest seiner Kraft, um mich loszuschicken, damit ich Hilfe hole. Dann müssen wir zurück ins Drachengarde-Refugium und unsere Truppen sammeln. Selbst wenn Tarn es geschafft hat, die magische Verteidigung der Insel zu überwinden, kann es immer noch ein beachtliches Problem darstellen, eine Insel am Himmel zu erreichen. Ich muss über die Möglichkeiten nachdenken. Ich treffe euch im Drachengarde-Refugium. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie Tarn allein auf dieser Insel ist. Wir müssen unsere Truppen sammeln und schnell zu ihm zurückgelangen, Fünf Kralle. Ich fürchte, uns allen läuft die Zeit davon. Ist die Drachengarde bereit, Karl Grundit gegenüberzutreten? Das ist eher eine Frage für Saisa Han. Doch ob sie nun bereit ist oder nicht, sie ist alles, was wir haben. Kehren wir ins Drachengarde-Refugium zurück und finden einen Weg, um die schwebende Insel zu erreichen. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Tarns Magie. Sie hat eine eigene Witterung. Seit er mich darin schult, meine Einstimmung besser zu begreifen, habe ich gelernt, seine Magie zu erkennen und sie nachzuverfolgen, wenn er sie entfesselt. Ich bin der Spur gefolgt und sie hat mich hierher geführt. Ja, dann gehen wir mal zu Nafalars Kammer und ich werde mich jetzt dorthin begeben. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind angekommen. Ich bin gerade am Schauen. Ich glaube, das ist oben, wo der Drache halt immer ist. Nafalars Kammer. Genau. Wollen wir mal rein? Versuche, in ein Portal zu öffnen. Aber ohne Tarns Anleitung weiß ich nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Ach, das schaffen wir schon. Dieser Drache hat keinen Funken Anstand, einfach fortzufliegen ohne ein Wort des Abschieds. Ohne ihn oder Tarn werden wir unsere eigene Methode aushacken müssen, um Drachenholm zu erreichen. Aber bei den Schwertheiligen, ich habe keinerlei Ahnung, wie die aussehen könnte. Es muss einen Weg geben, um die schwebende Insel zu erreichen. Und wir werden diesen Weg finden. Irgendwie ruht euch fürs Erste aus. Und nehmt dies für eure Mühen. Vergesst nicht, ihr konntet Karl Grundtids Plan aufdecken. Und ihr habt Drachenholm seinen Schutz genommen. Wir sind einen Schritt näher dran, das hier zu beenden, meine Freundin. Wir haben einen erfüllten Torso vom Set Marodeurs Rast erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ich weigere mich, mich von einer schwebenden Landmasse behindern zu lassen. Die fliegende Insel könnte ein Teil von Karl Grundtids Plan sein. Doch sie könnte auch bedeuten, dass er etwas Abgeschiedenheit für seine letzte Anstrengung bei der Verwandlung zur Gottheit sucht. So oder so, wir müssen einen Weg finden, um dort hinauf zu kommen. Was ist mit dem Portal in der Festung des Neuen Mondes? Ich habe diese Möglichkeit bedacht. Doch ohne einen Magier mit Abnurtans Fähigkeiten und Erfahrung haben wir keine Möglichkeit, die Äonensteine zu aktivieren. Nein, wir werden uns eine andere Lösung überlegen müssen. Gibt es etwas in den Drachengarde-Aufzeichnungen, die ihr studiert habt? Soweit ich weiß, sieht sich die Drachengarde das erste Mal diesem besonderen Problem gegenüber. Wir müssen einen Weg finden, um hinauf auf die Insel zu kommen. Und das muss schnell geschehen. Sprecht mit Königin Kamira. Ihre Portalmagie könnte unsere einzige Option sein. Das hört sich immer noch so fremd an Königin Kamira. Ich werde mit Kamira sprechen und herausfinden, was sie davon hält. Es muss eine Möglichkeit geben, Drachenholm zu erreichen. Ja, da bin ich auch für. Aber das sieht mir doch sehr danach aus, dass es noch eine ganze Weile weitergeht. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.